Liebe Grüße ins Homeoffice. Auch ich bin in meinem Homeoffice. Ja, das Büro war schon immer mein Zuhause. Und ich möchte heute über die Corona-Krise sprechen und vor allem über das veränderte Kundenverhalten. Die Menschen werden nach dieser Krise sich verändert haben. So viele Online-Angebote wie noch nie werden jetzt wahrgenommen. Die Menschen gewöhnen sich daran und merken, wie toll man auch aus der Ferne beraten werden kann. Und deshalb mein Rat an alle Badverkäufer, Badberater. Die digitale Kundenberatung aus der Ferne wird sehr, sehr wichtig werden. Immersight kennen die meisten bisher nur als Beratungstool von Mensch zu Mensch in der stationären Beratung. Aber wir haben mit unserem 3D-Showroom inzwischen auch eine Online-Beratung aus der Ferne heraus. Man kann seine Ausstellung auf seine Webseite setzen. Man kann eine digitale Kurie per Link teilen, per QR-Code. Man kann sie per WhatsApp an Kunden schicken, per E-Mail an Kunden schicken, in Facebook posten. Digitale Kurien aus dem 3D-Showroom kann man überall online teilen und mit dem Kunden eine Fernberatung machen. Per Telefon. Er kann sehen, was man ihm zeigen möchte. Wenn Sie eine Ausstellung haben, dann fangen Sie jetzt sofort an, diese zu digitalisieren. Sie können die jetzt digital abbilden mit einer 360-Grad-Kamera und im 3D-Showroom verwenden. Natürlich, auch wir arbeiten mit solchen Tools. Wenn Sie etwas wissen möchten, wenn Sie loslegen möchten, wir sind für Sie da, haben gerade aktuell eine hohe Nachfrage. Aber auch wir können Sie in dieser Zeit von Ulm aus remote beraten und informieren. Ich freue mich auf Sie, Fabian Weiß. Ich freue mich auf Sie, Fabian Weiß.